Musik Heiho Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer Adventure Map Diesmal spiele ich Lux Pepper Tour Leider ganz alleine auf dem Show von Tristan Also, Slash TG, S.O.E.N.E. Networks Und, naja What the fuck What the fuck Ja, äh, ich hab dann noch zwei Gesellen bei mir Nämlich den, äh, Venicraft Und den Basti 14 Au Ähm, moin Moin Ja, das Forever Alone Face kann ich dann ja doch genüsslich wegnehmen Und dann würde ich einfach mal sagen Der Veni startet dann halt so mit den Regeln Story zuerst oder Regeln? Äh, wir schnick, schnack, schnucken, das ist aus Ja, mach mal Story Okay You wake up in a tiny treehouse Asking yourself What has happened in the past few hours But you can't remember a thing Slowly your memory returns You're sailing on your ship The Swiss Conqueror won You remember people screaming Remember that you've never been as scared before Remember that you lost friends Explore the world Beautiful world of Lux Pepper Tour Solve riddles Finish difficult as well as easy quests in all sorts of locations Maybe in the end You'll be able to take revenge for what has happened to you Jo, also wir sind anscheinend gestrandete Wir haben Freunde verloren, weil unser Schiff Unser Schweizer Schiff untergegangen ist Das steht da hinten Ist echt Schweizer Schiff, so hab ich gar nicht zugehört Und jetzt sollen wir die Maphalter erkunden Gut, äh, Regeln sind halt Standard Man darf keine Blöcke zerstören Außer Lianen halt, weil die manchmal im Weg rumstehen, wo man nichts öffnen kann Äh, man darf immer nur eine Reihe von den Checkpoints nehmen da Das machen wir glaube ich mal gleich Ich nehme hier die zweite Reihe Da ist ein Apfel drin Dann nehmen wir mit und seid glücklich Im Ofen Müssen wir von der, von der vierer Reihe, äh, immer mitnehmen Ja, ja, so eine ganze Reihe halt einfach mitnehmen Okay, was, ah, okay, die Maps sind Texte Okay, Augenblick Aber bevor, mach ich noch die Regeln vorher weiter, okay Okay Also, do not destroy any block Ja, ja, außer Wines Dann halt immer eine Reihe nur aus Checkpoints nehmen, so wie wir es gerade gemacht haben Dann gibt's da noch, äh, Shops, anscheinend Und da, äh, muss man dann halt gemäß bezahlen Okay Um ein Item zu kaufen Dann darf man, man darf Items craften, die man aus, äh, Kisten, Dispensern oder Öfen hat Darf man alles machen, äh, man darf Tiere töten Man darf, äh, Crafting Tables und Öfen benutzen, um sich Ohr oder Essen zu gucken Äh, ja Man darf, äh, sich aber keine Hebel und keine Buttons craften Dann, äh, Hebel, die man in Kisten findet Darf man nur, dort, äh, darf man nur einmal benutzen Wenn man die gesetzt hat, darf man sie nicht mehr abbauen Und, äh, Redstone, Buttons, Schalter Also sowas in Daartal auch wieder Hebel Darf man nur auf Goldblock setzen Äh, und wir müssen auf Easy spielen Okay Gut Haben wir Easy drin? Ich denke, ja Ja, ja, gut Äh, und dann noch Herr Pfann Herr Pfann Ich spiel auf Hard Müssen wir uns Das ist ein Servermann, der ist immer eingestellt, man Vorher Ja, ich weiß Äh, müssen wir uns die Maps jetzt eben durchlesen, oder? Ja Wer will das machen? Ja, gut Ich kann keinem Äh, as you're not sure how much you remember of what was happened in the last few days I'm going to tell you all you know so far Ähm, vor ein paar Tagen bin ich hierhergekommen an diesen Außenposten Um die Überrest des Winters zu, ach, keine Ahnung Äh, als ich mal ein Inventar genommen hab, ähm Hab ich einen Haufen Geräusche außerhalb gehört Ich habe ein paar, ich erinnere mich an Menschenschreie Sehr schmerzerfüllend, okay Ähm, dann liest du mal jetzt die Leute vor, Winnie As a lot of noises I've never heard before in my whole life Soll ich es gleich auf Deutsch übersetzen? Ja Ja, wäre von Vorteil So wie ich vorhin Und einige, einige Leute, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört hab Also ging ich nach draußen, um zu sehen, was los war Was ich sah Exceeded, was heißt das? Keine Ahnung Entsprach meinen schlimmsten Vorstellungen Vorstellungen Ja Äh, es war ein wunderbares Schiff Angeilig, Seelig Angeilig, was ist das? Seelig Ja, angeilig Das doch nicht, man Ungeschulte Bla bla bla, der Board of the Sea Also es ist Schiffer untergegangen Auf dem Deck konnte ich, äh, Leute sehen Sie haben gegen furchtbare, fliegende, weiße Kreaturen gekämpft, die Fireballs geschossen haben Also erst Also erst Also erst mal löst, okay After Soll ich das auch noch lesen? Du machst dann die letzte wieder? Von mir aus? Na, man sieht ja, Vorbereitung gleich null Ja Nach ein paar mehr Minuten Äh Nach ein paar Minuten mehr Sah es so aus, als hätten diese furchtbaren Monster alle Schiffsmänner besiegt Wenn das Schiff Äh, komplett untergegangen war Startete ich sofort Äh, nach Überlebenden zu suchen Ich habe fast die Hoffnung verloren Aber als ich meine Suche fortsetzte Und, äh Ein schmal Ein small stoff Ein schmalen Lagerraum Ja Äh Ganz unten im Schiff gefunden habe Ja Äh Ich brachte dich Äh In Sicherheit Und Und, äh Hab dich gepflegt, so gut es ging Ähm 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 Duty heißt Pflicht, oder? Sagen gelesen, dass es auf Englisch war, oder? Ähm Aber ich glaube, es geht dir ab jetzt besser Ich habe dir ein paar Sachen in der Truhe dagelassen Bitte nimm immer nur eins von jedem Item Überlebende, ähm Sollten die es jeden Tag gebrauchen Ja Den schönsten Glück Also Gute Glückwünsche Ich hoffe Ja Glückwünsche Ich wünsche dir alles Gute Fertig Es ist schon Nacht geworfen Jetzt können wir mal wieder reingeworfen, ne? Ich würde sagen, in Zukunft lesen wir es in Englisch vor, ne? Das ist Problem im Übersetzen Englisch ist ja kein Problem, aber Übersetzen ist dumm Ja, ja Beziehungsweise ich kann's natürlich, aber in der Aufnahme bin ich immer so nervös Es stellt sich die Frage, ob die Mobs halt an sind Äh Ja, es ist doch easy, oder? Ja, wissen wir ja nicht Um ehrlich zu sein So Gut Da ist das versunkte Schiff Sollen wir da mal drauf gehen, gucken? Ich schwimm da jetzt mal rein Äh Das wieder eine Map Da gibt's 100 Probers Ich nehm mir da mal dein Boot raus Oder am besten gleich zwei zur Sicherheit Geh doch mal zu dem Schiff hier Da gibt's was Ich sollte dieses Bootwrack erkunden Bevor ich weiteres tue Steht auf der Karte Okay Also, das mach ich jetzt So, ich geh hier in die Kajüte Da gibt's ganz viele Knöpfe Ich drück mal die Knöpfe Ja, warte doch, Mann Der Kameramann muss gucken, Junge Wow, was war das? Nein, da hat was Boom gemacht Was hast du gemacht, Mann? Das hat Boom gemacht Da, guck Blaue Wolle, du hast Sheeper umgebracht Nein Sheeper Sheeper Äh, ich glaub, das war geplant von Also, das war kein Creeper oder so Ich hab jetzt zwei Knöpfe, cool Hä, was war das? Habt ihr das gehört? Ne Das war die Truhe, die ich zugemacht hab Au Nein, ich mein, dieses Dieses Summen da, hörst du das nicht? Yo Das ist, what the fuck Das ist der Dispenser, Alter Ja, das war ein Dispenser, aber dieses Scht Dürfen wir die Sachen jetzt aus dem Dispenser rausnehmen? Aus dem Dispenser nicht Schade What the fuck? Was macht noch mal so'n Geräusch? Warte, ich hab schon mal das ganze Zeug weg, was ich nicht brauche Ups, ich hab wieder too many items safe oder win Wow Achso, das war das Soll ich die Musik anmachen? Hier läuft Wasser rein Ne, blendest du selbst Musik an? Könnten wir ja machen Ne, das mach ich dann, glaub ich nicht Okay Musst, ich mach ich mal ein bisschen Hörst du das? Ich würd sagen, ihr geht mal runter und ich geh mal nach oben den Masterkunden, okay? Okay Wo, wo, wo bist du, Eddy? Hinter dir Gut, wir gehen hier mal rein Du nennst mich Eddy? Das ist ja unglaublich Da, okay, Pixel Hier gibt's nur was Nein, Mann, das war gut Das gibt's da gar nicht Verdammt was, Basti Scheiße, Dreckspil Wo hab ich die Wolle übrigens her? Ach, die, das Wasser kommt von der anderen Seite, super Die Wolle hab ich sofort immer weggebrochen Achso, ja, stimmt Das werf ich gleich alles mal weg Hier gibt's nur Betten, dürfen wir Betten mitnehmen, ne, oder? Komm, wir gehen alle mal pennen, dann wird's auch Als Mobile Spawnpunkt dürfen wir die auch mitnehmen, oder? Ja, ich denke eben, es gibt ja die Checkpoints, aber das ist ja eigentlich eine Singleplayer auch gedacht Ich würd sagen, da nimmt sich jeder von uns einfach ein Bett mit und die können wir dann überall platzieren Geben mir, mach mir eins mit eben Machen wir eins mit, doch Ach, hier gibt's noch einen Keller Auch mit Pommes Wer are you? Ey, hier ist ein Diamantblock Ich bin weiter unten gegangen Warte, ja, warte, hier, dein Bett Äh, Diamantblöcke darf man nicht mitnehmen, oder? Ich hab'n Schalter gefunden Aktivier den mal Ah, ach, geht ganz schön Da, da öffnet sich irgendeine Türe Ich weiß jetzt aber nicht wo Ach, das ist die, die Eisentür Ach, das Geräusch ist ne Spinne Nein, das ist doch keine Spinne, die Spinnen hören sich anders aus Oh! Ein Silberfisch! Ein Silberfisch! Ach, das sind die! Oh! Schaffst du's, Eddie? Ja, auch warum hab' ich nicht mein Schwert genommen, Pfosten Weil du ein Pfosten bist Ich halte dir den Rückenfall Ich hab' ne Kiste Ein Iron Ningo und äh, Cookporkjob Ah! Hast du Superkontrolle? Nein! Ja, aber ich kann noch nicht rein, weil du sagst Hm, wie komm' ich denn zu euch am besten? Wart mal, äh, du, du musst nochmal die Kajute machen Dürfen wir die Kajute machen? Weil du hast gesagt Nein, dürfen wir nicht Wir, äh, wir dürfen sie aber ausleuchten Fackeln dürfen wir setzen Wir haben keine Fackeln Ok Da ist ne Chess, hast du die Chess? Ja, hab' ich schon rausgenommen Dann, äh, ich komm' mal zu euch, ne? Ich würd sagen, wir hauen hier ab, weil die kommen gleich Aber wo hat sich die Tür geöffneten Eisentür? Das war die der Kajute da Ach, okay Ach, okay, ganz am Anfang war, wo ich Bumm gemacht hab' Wo ich Bumm gemacht hab' Ja, ich 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 hab' Okay, ich hab' jetzt auch eins So, dann auch Gibt's noch irgendwas, weil die schon in allen Räumen hier? Was ist denn da drin? Ja, wir waren schon in allen Geh mal zurück Wir waren hier noch nicht drin Stimmt, da waren wir noch nicht Äh, da ist auch ne Ruhe Oh, ein Mushroom Stew, super Oh, dann haben wir auch was so Geh weg da Bist du mal da hoch? Ja, da geht's auch nur wieder raus, glaub' ich Ich glaub' wir haben ein bisschen erkundet, oder? Großteils Ja, wir müssen aber wieder in die Kajüte Habt ihr unten irgendwas noch gefunden? Bei den Silverfishen? Redstone and Mushroom Soups Okay, warte Habt ihr ne Map-Part gefunden? Ja, hier die Tür, hier ist die Tür auf Naaa Okay, hier gibt's Cookies Noch was? Ne, sechs Cookies, das heißt für jeden zwei Warte Warte, ich hab' irgendwo noch ne Anweisung geben, vielleicht ne Map-Part oder sowas Ich hab' übrigens vorhin Kuchen gekriegt, ne also Edi, komm her Es muss doch ne An- es hat doch geheißen, äh Dankeschön Wir müssen weiterfinden, das bedeutet doch, wir müssten eigentlich ne Map-Part finden, wie da wo es draufgeschrieben steht wahrscheinlich Ja, dann haben wir das Wrack noch nicht Da stand, äh, auf der Karte stand nur, dass sie das, dass wir das Bootwrack-Eco Ja, ich weiß aber, wahrscheinlich hätten wir hier unten was noch finden sollen Ich denk' wir mussten das nur erkunden, damit wir Nahrung bekommen oder so Möglich, aber wo sollen wir dann hin? Ja, da hin Schöner Silberfisch Ich fähr' auch irgendwas, wo wir fahren müssen Ich fähr' die Kekse jetzt Hm, hier ist nur Wolle Das hier ist der Schalter, wo du gesagt hast Vielleicht um das Schiff mal herum schwimmen, tauchen Auf den Masten gibt's nix Was war in der Kiste unten, neben dem Silberfisch hin? Äh, Redstone Okay Ich will das platzieren dürfen, wohl eher nicht Doch dürfen wir Ja Oh Auf Goldfluss Alter, wir, es ist doch unten in, äh, unten im Lagerraum sind Goldblöcke Nein, das ist Goldohr Ja, hast du richtig nachgeschaut? Ist es alles in Goldblöcke? Ich hab's immer noch offen Ja, es ist alles Goldohr da unten Und ich glaub' das war's hier mit dem Schiff Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal mal weiter Ja, wohin? Äh, mit dem Boot fahren wir diese Fahren wir da jetzt weiter, oder? Mhm Würde ich auch mal sagen Ich hab' schon eins genommen Ich hab' auch'n Boot Ich hab' mir aber zu sicher zwei genommen, falls's kaputt geht Wir dürfen nur eins nehmen Ich weiß nicht mehr und zweiters Regelbruch Ich nehm' ja jetzt auch zwei Sag' ich, ich sag' Regelbrot Hier ist noch ne Map drin, was hat die Map steht? Die hab' ich schon durchgelesen Äh, die 20 Minuten wollten wir machen, ne? Ja Okay In, sieben Minuten, oder? In etwa, ja In etwa, ja Dann tun wir mal da lang düsen Aaaaah Das sie, danke, dass du mich abdrängst Darf ich dich, Raman Eddie? Ja, geschehen Ja, klar, natürlich Okay, was ist das? Wir müssen wahrscheinlich den Kloster uns hinterher Ja, hier kommen wir jetzt zu Weiß was Keine Ahnung Da ist ne Schroere Geh mal drauf gucken, Basti Jung Aber jetzt hab' mein Boot kaputt gemacht Aha Ah, meine Bremse ich bremse! So, okay, wir wissen hier weiter Wenn ihr Boote braucht, dann äh, schaut mal da rein in die Kiste Und sonst ist da nichts? Ne, nur Boote Okay, fangen wir weiter Oder wo geht's da hinauf? Das ist der Ort, der Fakt ist ja Ich guck mir mal das Ding hier an Aber das hab' ich gar nicht gesehen, weil mir der Junkie nämlich nicht geladen Okay, ich geh' hier auch mal Ähm, also so wie es aussieht, müsst ihr da unten eine Schleuse öffnen, damit wir da durchfahren können oder so irgendetwas Ähm, wärst du, wenn man den Hebel drückt vielleicht? Und da ist ein Nepport Ja, warte, gib mir Ich richte das jetzt auf Englisch vor, okay? Ja, gib mir doch eben There seem to be some technical issues with the gate that controls the water flow Unfortunately, I am no Technicum And couldn't figure out what's wrong with the damn thing I really need to figure it out Truth or I cannot proceed my journey to Skype Schon fettig Okay Ich esse das dann noch Komm mit Nein, ich esse das noch nicht Basti Da war ich da schon Da ist Redstone drin Noch mehr? Ja hier Gib mal bitte Was ist das? Ja Wer war denn da drin? Da ist Dankeschön Ja, dann haben wir noch einen übrig Anscheinend hätten wir auf das Schiffswrack gar nicht drauf gemusst Das ist anscheinend nur Nahrung Ja Ich habe auch noch gerade die Seite oben Und äh, da steht auch noch was anderes drinnen, was die Map so contained Also was so drinnen vorkommt Also es gibt Hauptfest ins Nebenquests Basti, wir wissen wir bei uns nennen Hahaha Nein man ey, ich komm hier nicht rein Doch jetzt Du bist so propsig Du bist jetzt der Fettsack hier Nicht ich in der Nigma Islands Eddie ist zu fett, der blockiert schon wieder die Lache Eddie rollt dran Eddie rollt dran Für das eigentlich krank Ey Leute, wie auch Also laden tun die Schicks mehr Ach ja, wenn wir gerade bei Nigma Islands sind Wir werden es so machen wie bei Nigma Island Das sich das aufnehmen immer abwechselnd Nur diesmal machen wir 20 Minuten Parts Ja, das war klar, ne Als erster Eddie, dann ich, dann Basti Ja, das Beste kommt zum Schluss Entschuldigung, ich musste lachen Ja, ich musste lachen Entschuldigung Hast du die verschluckt, Eddie? Soll ich dir auf den Rücken schlagen Schlag auf sein Boot Welcome to the site Ohlig, es sieht saugeil aus Das ist ein Turm 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 Ohlig, ohlig, nein, ich krieg die Kurve net Darf ich auch, aber ich hab sie gar nicht bekommen Nein, 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 ich leg Ich leg Ich leg Nein War das Boot kaputt gemacht? Ja Oh mein Gott, was ist das? Eddie, was ist das? Warte, 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 warte Das ist dein Textgepeck, was sind das für Viecher? Äh, das sind NPCs, man Von der Frack hast du mit denen angestellt? Das sind einfach Farmer Die anderen sind auch noch Ärzte und äh Die sehen voll krank aus Die sehen cool aus Die Penisnasen Nein, Mann, die sehen chillig aus Okay, legen wir hier an Die haben ja nicht immer Penisnasen Und die Arme sind so Oh, verpille Jetzt war ich extra gegen die Wand Oh, aber, oh, schöne Schiff Ich bin der einzige, der richtig parkt Alter, was ist hier los? Zwei Map Parts Warte Hooray Aber ich glaub, die sollten wir später finden, oder? Das ist Map 16 und 15 Äh, lol Egal, lesen wir die halt auch mal Sind wir schon zu weit Wirst du? Jojo, ich mach Map 16 Map 15 Nein Sooo Wer auch immer das liess Ähm Diese Stadt liegt im Sterben Die Der Laub an den Bäumen Versucht Lies einfach auf englisch vor und Pass auf deutsch zusammen Pass auf deutsch zusammen Okay Seasons Were already dragged Into the dark The few left Are scared And want to leave This town As soon as possible Even the Major Already left The That's Why we had to put up This stupid pumpkin To welcome travelers Professor Stewart The only person Who was brave enough To investigate The source of the darkness Went on a journey To Wasserfallen Wie geil He hoped to find Some answers There But Since He is already Going for More than Six months We cannot wait Any longer We have to light up The signal towers To request help From the other towns In Syria Ja, die Stadt liegt im Sterben halt Ähm Der einzige der sich darum kümmert Ist halt der Professor Und sie wollen Die Leuchtvolle Feuer Entzünden Damit sie Hilfe Von den anderen Städten bekommen Okay Aber wieso liegt die Stadt im Sterben Die sieht doch ganz schön aus Ja Ach ne Ja, hier siehst du doch Der Baum verliert Blaub Fletcher Ey, die Schafs Die sind so süß Und Das sind Weed dürfen wir farmen glaube ich Ah, da Hier ist ähm Der Das Haus des Professors So, geh mal rein Okay, hier sind die Schafe Oh, hier gibt's ein bisschen Weed Dürfen wir uns darauf was nehmen? Ja, ja, wir dürfen uns alles nehmen Was wir in Kisten finden Gut, hier gibt's auch Wolle Hast du im Ofen nachgeguckt? Äh, da ist nix Ja, wie komm ich denn zu euch? Ach da Meinst du wir müssen Soll ich dir uns daraus Na, wir haben erstmal genug zu essen, oder? Ich hab übrigens noch nicht die Kekse von dir gekriegt, Basti Die hab ich gerade alle gegessen Ich kann's sagen Aber ich hab noch Brot für dich Ich hab vier Brote grad gecraftet WTF Was, du hast gewusst, wie meine Wieso, wieso ist das jetzt mit den Viechern hier los? Keine Ahnung Die hängen glaube ich an Basti Nein, Mann, ich hab keinen Wies Ich hab nur Brot Habt ihr da oben noch irgendwas gefunden? Äh, da Da Ja, nur Brot, nur Weed und Wolle Das reicht Das sieht doch ganz schön aus wie mir gefällt Nein Aber wir können ja hier mal weiter gehen Ja, aber ich würd sagen, das machen wir beim nächsten Mal, oder? Äh, wir haben doch noch drei Minuten Chill Nee Chill Eddie, Eddie, Eddie Um 15 haben wir zu filmen begonnen Jetzt ist es 35 Wir haben nicht um 15 Eddie, Eddie, Eddie Doch 34 Eddie Du hast gewusst, wie man Brot baut? Alter Okay, kleiner Insider Eddie, du lächst Oh, hier sind zwei Goldbarren Wem soll ich die geben? Ich geh eben mal das Holz fällen Wir dürfen noch gar nichts aus den Öfen nehmen, oder? Und du lächst immer noch Habt ihr vorhin in den Ofen geguckt? Ja, ich leck nur vor euch Dann können wir jetzt ja gleich nochmal neu starten Die Skype-Konfi Hier oben ist ne Kiste Werbung für Skate Da ist Cook Pork Chop drin Ja, und du gibst dir das sofort Du bist unser Essensverwalter Kriegst du nicht genug? Ähm, das ist ein Was hat er gesagt? Du bist unser Essensverwalter Du kriegst nicht genug zum Essen Du bist zu fett Genau Er leckt bei mir irgendwie Ja, genau Ja, können wir ja gleich machen Chillt Okay, was kann das Haus hier? Hä? Hä? Ups Ah, das war noch von meinem Boot Ich behalte das Holz jetzt einfach So Ach, ich hab ein bisschen die Map-Teile zurückzulegen Das mach ich gleich irgendwo Ähm, wo seid ihr? Ach hier In dem Haus da Hier ist so ne NPC irgendwas Dingens So, was haben wir hier? Gibt's hier irgendwo ne Truhe? Oh, hier sind massenhaft Pilze Ich nehm die mal mit Dann können wir uns Und ein Map-Teil Und ein Map-Teil, ja Warte kurz So Lies dir nicht vor, du läckst Ja, es ist so Ich lecke bei mir nicht Und wenn ich bei mir nicht lecke, dann Äh, äh, hä Das kannst du doch nicht wissen, ob du läckst Ja Fraps nimmt ja nicht Skype auf, sondern meine Stimme und euch in Skype Also passt das doch Ähm So Just arrived to get the chest with the levers When I saw him running away with it into the old minor chef behind Irvins Haus I must get them back or the restaurant cannot be saved Okay Da sind ein paar Änder Männer, die, äh, hinter, äh, auf der, bei der Truhe sind Zeit ist jetzt aber trotzdem um, glaub ich Sie rennen weg Jo, stimmt die Zeit ist um, Augenblick Jo, zieht euch dann den zweiten Teil bei dem Veni rein, der hier irgendwo rumgammelt Ach, da unten Warte, 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 warte Äh, habt ihr schon auf dem Dach geguckt hier oben? Tschüss Auf das Dach kann man ja gar nicht, oder? Hier ist ne leere Truhe und ganz viele NPCs, what the fuck? Achso, in dem Haus, im Dachboden, da war ich schon, ja Ja, warte, ich komm zu Ich hab schon acht Kekse gefunden Oh, die Musik ist aus Ich steck fest Jo Ja, selbst schuld, wenn man zu fett ist, ne? So, Veni Keks, äh, bei dir geht's gleich weiter, ne? Mhm Chillt, haut rein, guckt euch den Part an, danke für die Kekse und Cheerio Ciao Ade